Versteh ich nicht! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was hab ich da gemacht? Guteck, Digga! Guteck, Digga! Guteck, Digga! Guteck, Digga! Guteck, Digga! Hä? Oh! Guteck, Digga! Guteck, Digga! Willkommen zu einem neuen Video heute. Und zwar, ihr wisst ja, mein Rocket League Turnier steht vor der Tür. Am 3.4. um 14 Uhr geht's live auf Twitch. 24 Teilnehmer, K.O. System, Preise, Pokale, alles sind am Start. Und deswegen dachte ich mir, droppe ich heute ein Rocket League Video. Einfach so, weil ich Bock drauf hab. Und dazu kommt eigentlich noch... Eigentlich wollte ich eine Pause machen, ja. Ich wollte eigentlich eine Pause machen von den ganzen Uploads. Lieber Twitch bisschen reingrinden. Weil in der Netzzeit fühle ich das absolut. Aber ich sag euch so, wie es ist... Es ist... 10 vor halb 12. Ja? Also 20 nach 11. Und ich kann nicht... Ich kann nicht. Ich fühle mich schlecht. Ich kann nicht schlafen gehen, wenn ich dieses Video nicht produziert habe. Also viel Spaß mit diesem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ist kostenlos. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Und viel Spaß. Ja. Ja. Boah. Oh mein Gott. Das Tor war geil. Wollte den aber aufsetzen und dann hab ich ihn nochmal berührt. Guck mal. Das Tor war echt geil. Zack. Nochmal jetzt. Der war wichtig. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Wizzy Wizz hat ihn gerettet. Wizzy Wizz ist doch da. Ich hab da mir kurz gezittert. Ich hab ihn einfach nicht gehört. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Spiel gedreht. Hier ist es, Baby. Hier ist es. Hier ist es. Halt ihn noch. Killing ihn. Ich hab ihn nicht mehr zu erwerfen. So Gold, wer guckt euch diesen Bump an? Zack. Dadurch habe ich, Dings, zwei Leute gebloppt. Bam, Digger. Reingeknallt, alle. Uff, uff, direkt. Bam, Junge. Da ist er. Da ist doch, wo sie ist. Da ist er. Zack. Zack. Zwei Leute gebloppt. Ersten gebloppt, Zweiten gebloppt. Hätt den auch. Boah, was haben sie mit dem Ding gemacht? Oh mein Gott. Was haben wir mit dem Spiel? Zack, jetzt zu mir. Ich ziehe. Er auf unsere Mate, der gerade landet und drin das Ding. Boah. Boah. Ja, den habe ich schon so krass gehalten. Aber auch nicht. Und das ist irgendwie schon mal weiß. Wer ist das, was ist er? Ja. Ja, der ist gut. Dickes Tor, Dickes Tor, Stark selber vorgelegt mit einem kleinen Pinch und dann den Ball und dann den Ball da rein, BAM! Okay, war so. Der zweiten Touch, der wäre nicht nötig gewesen. Ja, ja. Einmal gejoked, was soll ich sagen, ne? Boah, wenn du den C reinmachst! Oh! Da ist doch der Wizzy Wiz! Er war wieder weg! Jaaaaaaah! Jyko, was haben wir hier so ein Tor? Wie geht's? Oh mein Gott! Hast mich voll weggehauen, hast du gesehen? Jyko, da hast du deinen Clip. Dich... Jyko, fucken